Herzlich willkommen bei der Administra GmbH. Seit 2004 Ihr verlässlicher Partner für Baumanagement und Generalplanungen. Unsere Kernkompetenz ist die Generalplanung von Umbauten, Sanierungen, Umnutzungen und Modernisierungen. Ganz besonders von Labor- und Bürogebäuden. Wir haben uns zudem auf die Sanierung von Bauschäden spezialisiert. Dazu gehören Wasser, Brand oder andere Elementarschäden. Mit unserem Know-how sanieren wir Gebäudehüllen, planen und realisieren Erdbeben oder Brandschutzertüchtigungen. Unser kompetentes Team vereint verschiedene Fachdisziplinen. Vom Architekten über den Bauingenieur, vom CAD-Planer über den Immobilienmanager bis hin zum kaufmännischen Personal. Wir bilden Bauzeichner Fachrichtung Architektur aus und geben so unser Wissen an die nächste Generation weiter. Für die fachspezifische Planung arbeiten wir mit langjährigen Partnern zusammen. Administra GmbH Baumanagement – Ihr Partner für Baumanagement und Generalplanungen.